Worüber lacht der Mensch am meisten? Ein kleiner Schreck, vielleicht ein Fleck, so wird es immer wieder sein. Ist eine Brenz, springt der Hose, war der Wind wohl noch zu stark. Die beste Luft für die Skatose bringt ein Zwiebelbrot, die Quark. Denn die Streifen in der Hose sind der beste Beweis, es war nicht alles Luft. Es war wohl auch ein bisschen... Ein bisschen... Passiert im Aufzug, ist's am besten, man lehrt die Schuld auf andere ab. Man schaut nur vor, wo's voll zum Nächsten, sieht ganz die Wucht auf ihn herab. Der macht das Pumse, dann ist er weg, man holt ihn nie mehr wieder ein. Ein kleiner Schreck, vielleicht ein Fleck, so wird es immer wieder sein. Ist eine Brenz, springt der Hose, war der Wind wohl noch zu stark. Die beste Luft für das Skatose bringt ein Zwiebelbrot, die Quark. Denn die Streifen in der Hose sind der beste Beweis, es war nicht alles Luft. Es war wohl auch ein bisschen...